und ziki zaki ja du hast das spiel bei mir bist du doch irgendwie auch nicht du bist du bist du nix wo ist das nix ist dein mikrofon an ich höre dich nicht hallo sprich mal lauter wir reden nicht miteinander du bist nicht im chat hallo da ist er ja das ist ja mal schön dass du da bist hallo 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 hier hier nix im irgendein seh dich nicht bei einem großen g beim großen g jetzt geh mal aus dem scheiß menü raus und komm endlich mit dem bilder nicht hallo wo bist du Es lädt. Immer noch. Hm. Ja. Ach man. Uah. Wo bist du? Was? Wo du bist? Bist du mir noch nicht da? Nein. Warum? Warum? Frag wir dann. Ja. Hm. Lala. Tü tü tü. Es ladet. Es ladet. das bringt auch nicht viel ich kann lustige sachen ja ja das ist immer noch nicht da das ist das ist ein komisches Zeichen ich werde noch einmal erhören oder was geht dann wussten wir nicht ja deswegen ist es auch trotzdem immer noch wenig speichern hm hm ja dann schließen wir das bild ja das passt weil ich bin auch schon einmal gestorben also passt es schon dieses gleichstand du bist du da bist du hallo 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 ja wir sind hier hier auf einer also zuerst einmal hier hallo und herzlich willkommen zu gary's mod ich bin der der ich bin und das ist der andere dieser hier ja genau also ich bin der da dieser da ach so stimmt dann bin ich der hier hallo so und zwar ich habe hier eine schöne labyrinth map runtergeladen wenn du hier hochkommst dann kannst du es angucken haben wir eine waffe ja musst du nur raus mausrad drehen mausrad und dann linke maustaste genau ich bin spider mann du bist ein bad coder weißt du das schon so und zwar mein plan war ich habe einen schraubenzieher ne den brauchst du nicht komm her so da du sollst hier her ja dann hör damit auf ja dann hör damit auf ja dann hör damit auf lass den engel in ruhe lassen stehen der bleibt hier hast du ihn stehen gerekiste die hebt acio nein ich bin im chat geri SCC jetzt stellt den scheiß engel hin ja genau also guck guck Hallo, also mein Plan ist, äh, wir nehmen uns eine Waffe, irgendeine, und zwar, das sind meine Engel, ne, die kennst du ja, ne, ne, so, also, ich brauche hier erst einmal, äh, ne, das nicht, das da, diesen hier. Kannst du dich bewegen? Nein. Aha, okay, gut. Das ist Error. Ich bin ein Error. Ja. Warum bin ich ein Error? Ich müsste Anonymous sein. Das ist Schande, aber du hast einen Error in der Hand. Ah, dann hat sich das bei dir nicht installiert. Das ist ein Schallschraubenzieher. Error. Ja. Äh, das ist ja wurscht. Wir brauchen, ich brauche den nur mal ganz kurz, um die Engel zu aktivieren. Und zwar, wir... Kann immer noch nicht gehen. Ich werde vielleicht vom Vorteil bevor du die Engel aktivierst. Ja, ja, jetzt, Moment mal, jetzt, komm erst einmal her. Und zwar, na, ich kann auf dich drauf springen. Äh. Also, die Engel werden aktiviert. Wir müssen einen Weg durch das Labyrinth finden. Und zwar, siehst du diesen Turm da drüben? Die sind da. Kannst du das ab kurz? Die sind da. Genau, den siehst du. Das ist, glaube ich, das Ziel. Bis dahin müssen wir hinkommen. Wir müssen einen Weg durch das Labyrinth finden. Also durch das Labyrinth, nicht über das Labyrinth, gell? Nicht über das. Genau. Also, komm erst einmal her. So. Eine Waffe. Äh, irgendeine. So. Ich aktiviere... Warte mal, ist bei dir das so. Nimm einfach irgendeine Waffe. Ist scheißegal. Ich aktiviere die Engel. Wir müssen einen Weg durch das Labyrinth finden. Und wenn wir uns irgendwo in dem Labyrinth begegnen, wir dürfen uns töten. Mit einer Waffe. Einfach so, damit es lustig ist. Und derjenige muss dann wieder von vorne anfangen. Die Engel? Ja, die rennen uns hinterher. Du kennst das Prinzip der weinenden Engel. Nicht blinzeln. Also, Engel werden aktiviert. Irgendwie verfolgen die nur mich, glaube ich. Ich hänge irgendwo feste Füße. Äh. Sie schauen mich an. Ja. Wieso schauen die mich an? Also, also... Nein. Hilfe, er kommt immer näher. Okay, ich hab ihn eingefroren. Jetzt wart, wo bist du? Komm mal her. Ich komm ja nicht mehr raus. Töte mich heute, bitte. Töte mich. Aber der wird auch erschüttert. Töte mich. Nein, die sind unverwundbar. Töte mich. Töte mich. Töte mich. Mich, nicht mein Bein. Ja, mir. Mehr. 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 Gib mir mehr. Ja, krass. Na, krass. Äh. Das ist eine blöde Waffe. Oh Gott. Endlich. Wahnsinn. So, nochmal. Äh, geh mal, drück mal auf Q. Auf Q drauf bleiben. Geh auf Weapons oder Waffen oder wie auch immer das bei dir heißt. Siehst du? Dann... Da oben, genau. Und, äh, auf Doctor Who, aber das erste Doctor Who. Das sind zwei Dinger mit Doctor Who stehen da. Und da ist Sonic Screwdriver irgendwo. Jawoll. Genau, den wählst du aus. Und, suchst da einen Engel aus. Ich häng schon wieder in mir fest. In dir häng ich fest. Ach, geahm. So, warte mal kurz. Ich muss mich kurz töten. Ne. So. So. Äh. Die Klappenwürfung seht ihr nicht. Doch, der funktioniert. Linksklick auf irgendeinen Engel. Losenlosentime. Ja. Du musst da unterlesen. Klick einen an. Mehr. Länger. Jetzt der Anlosentime ist. Wieso verfolgst du mich? Äh, machen wir es anders. Ich lösche das ganze, die ganze Kacke noch mal. So. Alles weg. Kuh. Mu. Mu. Dann, äh... Mu. Ich weiß nicht, wie das bei dir... Tētere. Ich weiß nicht, wie das bei dir das heißt. Bei mir steht Entities. Neben NPCs. Rechts neben NPCs. Na ja, na ja. Dann gehst du auf Other in dem... Links ist so ein Raster, ist so ein Zeich, das steht irgendwo mal Other, ziemlich weit unten. Other, oder anderes wie bei dir, keine Ahnung. Und da steht Weeping Angel. Da spawnst jetzt einen, aber nicht in mir. Spawnst einen. In der Dreh-Degener siehst du's. Wo? Ah, da, okay. Dann nimmst du den Schallschraubenzieher wieder. Den hast du eh in der Hand und machst links-klick wieder. So dass er dich verfolgt. Jetzt verfolgt er dich, genau. Ich schau ihn an, oder schaust du ihn jetzt an, weil ich muss auch einen spawnen, der mich verfolgt. So. Okay, meiner verfolgt mich. Okay, jeder hat einen Engel, der einen verfolgt. Waffen auswählen. Irgendwelche, keine Ahnung. Ah, okay, funktioniert. Ja, das funktioniert. Und jetzt fangen wir an, durch das Labyrinth zu gehen. Also, Ziel ist der Turm. Ja, die sind fies. Okay, verfolgt dich. Okay, und los. Nein. Jetzt, los, 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 los. Und wenn man... Nein, Sackers. Ah, es war schon. Okay. Ja, dich getötet. Okay, jetzt musst du wieder von vorne anfangen. Oh, meiner ist auch gerade bei mir. Ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Scheiße, Scheiße. Ja, ich seh dich, hallo. Oh, oh. Ja, jetzt Kopf runter. So, backup. Nein, meiner ist bei mir. Ich komme ja nicht mehr raus. Okay. Ist das meiner oder ist das deiner? Das ist meiner. Okay. Weiter, 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 weiter. Wo bist du? Bist du schon im Labyrinth? Dann geh ins Labyrinth. Lass die scheiß Engel in den Huch und geh ins Labyrinth. Verdammt, zacker sie. Ah, ist das fies. So. Ja, die sind etwas fies, die Viecher. Woh, oh, oh, oh. Das ist ja der Sinn der Sache. Du musst einen anderen Weg finden. Oh, oh. Scheiße. Du musst ihn angucken. Kennst doch das Prinzip. Ja, ich bin dir eh nicht vorbeigekommen. Das ist doch gut. Ah, Mann, ich muss da durch. Ich, aber der Engel, der schaut mich die ganze Zeit an. Okay, he, he. Hallo, hi, hi. Tschüss. Das fies ist, wenn man, sobald man, sobald man, äh, sobald man, äh, ja, einen neuen Weg, oh, oh, er ist weg. Oh, oh, scheiße, Hilfe. Ich muss weiter, 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 weiter. Wo, wie, was, was? Wo bist du? Ich bin weg. Ah! Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich auch nicht. Und wer bin ich eigentlich? Hilfe. Boah, sind die fies. So. Ah. Okay, ich bin irgendwo. Hm. Ah, da, ich sehe dich. Durch mein Hackmodul. Kann das sein, dass du immer noch am Arten bist? Ja. Dann geh in das scheiß Labyrinth. Ich will ja auch in das Labyrinth. Ich muss zuhören, sag bloß. Der Engel steht mir im Weg. Nee, komm, den vorbei. Ja, ich auch. Das ist gar nicht so, ich muss mich an. Dann geh mal ums Eck, dann, dann ist er weg. War ich auch gerade. Und jetzt schaut er mich wieder an. Dann bin ich wieder zurück und jetzt ist er weg. Boah, bin ich jetzt erschrocken. Du bist explodiert, oder was hast du noch? Ich bin... Ah, da ist er. Boah, wenn es ein bisschen dunkler wäre, dann wäre das viel cooler. Ah, da ist er nicht. Genau, und sie lernen mit einer Scheißrichter gegen. Boah, wo bin ich denn hier? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich wieder am Anfang hinkomme. Sackgasse, scheiße. Äh, äh. Nein, wieder Sackgasse. Äh. Engel, wo bist du? Hm. Mein Engelswip. Nein, meiner Scheiße. Das geht nicht. Tja, ich kann nicht. Du hast ihn explodieren lassen, oder? Geht das? Ja. Das ist aber nicht Sinn der Sache. Wir müssen uns sehen und uns erschießen, wenn wir uns sehen. Äh, ja. Kann man ihn explodieren lassen? Weiß ich nicht. Irgendwie ging das mal. Ah, ich habe deine Leiche gefunden. Ah, der Engelswip. Hilfe. Ich gehe raus. Er lässt mich nicht vorbei. Geh weg. Ah. So. Ah, Sackgasse. Verdammt. Ah. Hilfe. Ja, ich auch. Wer ist hinter mir her? Ich, ich. Nee. Das Ländermär. Oh, oh. Ingewirfen. Äh. Ich bin wieder geworden. Ah, ich glaube, da war ich schon. Nee. Wie kann man. Nee. Kann man doch. Ah. Hö, cool. Logo. Ah. Scheiße, 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 scheiße. Er ist schon im Angriffsmodus, der Engel. Du kannst, achso, du hast gar keinen Spray, gell. Ah, da ist er wieder. Äh. Kann es sein, dass deine hinten... Nee, das ist meiner. Verdammt. Hilfe. Anti-Engel-Spray. Äh. Meiner ist immer hinter mir her. Manchmal ist er weg. Und dann... Ich war hier schon. Ah, da ist er wieder. Hier, raus. Was machst du? Schießen jetzt sinnlos um die Hand. Ich glaube irgendwie, dass ich den falschen Weg nimm, oder? Äh. Öha. Das war die andere Karte. Achso. Nee. Äh. Äh. Hallo. Sackgasse, verdammte Scheiße. Ja, du siehst mich, ich weiß. Nee. Ich komm nicht mehr raus. Äh. Äh. Lass mich hier weg. Ja, weißt du was? Ich bin noch kein einziges Mal gestorben. Jetzt muss ich mich töten. Verdammt. Engel, komm her. Ja, la, la. Hallo. Hallo. So, tötte mich. Ja, komm. Er greift mich nicht an. La, 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 la. Er kommt näher. Hilfe. Ich bin tot. Ich bin, was ist, mysteriös gestorben. Okay, cool. Ich bin wieder am Anfang. Hallo. Wo bist du? Hm. Ich bin keiner. Da rennt er. Kommt dein Engel hinter dir her. Wo bin ich? Ähm. Eigentlich so gesehen ganz am Anfang. Bis es ins Bett gekommen. Wo sind meiner eigentlich? Ja, meiner ist wieder hinter mir her. Häuser! Äh. Nein. Äh. Hihi. Hm. 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 Ah. Ah. Ah, ja. Ha. Mein Engel hat dich getötet. Hahahaha. Hahaha. Haha. Okay, Schluss mit Schicken. Hahaha. Hahaha. So. 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 Syst, 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 Syst. Äh. Ah, ah. Ich hab einen Engel. Ich hab einen Engel. Das ist gut. Genau genau. Ja, und meiner ist bestimmt hinter mir, aber ich schaue erstmal gar nicht. Ja, ja, das stört ihn aber nicht. So, bin ich richtig? Oh, ich seh den Turm schon, ich seh den Turm, ich seh den Turm. Juhu! Ja, aha, der hat sich wieder getötet. Ich bin gleich am Turm. Ja, ich bin am Turm. Wo ist der Eingang? Ja, da ist der Eingang, juhu! So, so. Ich glaub, dass man das jetzt macht, fällt in der Chip, oder? Ich... Warte, ich seh dich gleich. Wenn ich nicht abstürze. Ja, das ist Cheaten. Die Dirre sind in Engel machen eigentlich. Ja. Ja. Nein! Verdammte Scheiße! Er hat mich getötet. So, ich hab den Engel... Da, die Gängerin greift dich an! Ja! Juhu! Du kannst das bei mir nicht machen! Er sagt, wir machen, wir machen euch! Wollt ihr nicht? Hehehehe! Weil ich mein Engel... Äh... Ich glaub, das ist der, der da oben fliegt, oder? Na, mit! Das ist der da... Hm... Ja... Also, ich war schon am Ziel, gell? Das heißt, ich hab gewonnen! Mann! Nein! Nein! Ah, Hilfe! Scheiße! Na, na. Was machst du? Okay. Was ist das? Ah! Ah, der Engel ist da. Ähm. Hm, hm, hm. So, was machen wir denn schönes? Hm. Hä? Ah! Scheiße, kommt erst da rein! Hilfe! Da. Äh. Da. Äh. Hm. Äh. 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 mal schon und mein engel steht auch da drüben. Warte kurz, ich fahre so kurz weg. So. Irgendwie hat sich da was bei dir nicht richtig installiert. Kann das sein? Hm, komisch. Ich hab die Tür. Das ist meine Töne ruft. Das ist die Tür. Ach, da schließt die. Ach, wir sind im Fortix. Das ist in meinem Fortix. Okay, wir müssen glaube ich irgendwie bei dir schauen, dass das alles richtig installiert ist. Ich weiß auch nicht was da passiert ist. Irgendwas stimmt da nicht. Dass du die Tate auch nicht ziehst und die Schallschrauben ziehe. Ja genau, jetzt haben wir eh schon fast eine halbe Stunde. Entweder wir könnten auch eine Horrormap ausprobieren. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber beim nächsten Mal. Also. 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 Was ist denn jetzt? Das ist ein Matschbecken. Richtig. Das ist ja richtig erkannt. Ah. Ja. Hast du deinen Engel eigentlich schon weggemacht? Nein. Mit Z. Einfach mit Z alles wegmachen. Nein. Immer Z drücken, bis alles weg ist. Ich sehe dein Engel. Ja, jetzt ist er weg. Nein. Nein. Ne, da hab ich da was schönes Wunderwohnen. Hoppala! Exterminate! Hallo! Nein, das ist nicht sichtbar. Es funktioniert dahin nicht. Weg, 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 weg. Nein! Das ist unfair. Ja, ich bin gerade im Menü. Eine Rühe aus der Serie. Äh, ich hab dich irgendwie nicht getroffen, oder? Nein. Nein, das ist so nicht. Scheiße. Ach da! Ja! Eine Atombombe habe ich nicht getroffen. Hilfe! Ja! 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 Du bist du! Du bist du! Verdammt, wie komme ich da in dieses Menü wieder rein? Ne, das ist das falsche. Hm. Hm. Wie kommt man in dieses Menü? Äh. Äh. Nö. 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 Hm. Wo ist dieses verdammte Menü? Äh. Nö. 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 Ah, Finsuyor! Gibt's doch. Dieses... Hm. ich finde das menü nicht wie ging das wer wieder Ich habe jetzt alle Gerüfte ausprobiert, aber ich komme nicht mit diesem komische Menü rein. Äh, was machst du? Tja, ich weiß nicht, ich weiß nicht mal wie das nun funktioniert. Ach man, wo ist das? Äh? 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 Jetzt bin ich wieder eingesogen. Wir wollten doch eigentlich erstmal beenden, ne? Eigentlich ja. 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 Ja.